Oh Gott, ich krieg die Klinge zurück. Hey, willkommen zu Stranger Things. Willkommen zu unserer besten Napti, wie wir gemacht haben. Und was ist denn seltsam daran? Ah, sie hat Corrupt Intervention dabei, wir brauchen da gar nicht hochgehen. Ey, Hanya, weißt du noch, als mein Auto stecken geblieben ist? Ja, weiter. Ich hab nur noch nicht dran gedacht, dachte mir so, das muss ich jetzt öfter mal ansprechen. Okay. Olaf. Wollte noch mal wen haben. Ich wollte noch mal wen haben. Ich hab zwei Perks dabei, Obsession zu werden, ich bin nicht die Obsession. Nein. Ich bin so einfach. Ich weiß ja nicht, was Hanya alles dabei hat. Wo sind die eigentlich Jens? Ich seh nicht mal einen. Ganz normales Sneerzeug. Oh. Hallo. Ich glaub schon mal weiter. Oh mein Gott, die läuft da einfach entlang. Ey, wasch dich mal, Typ. Ja, du bist lustig, Emily, wenn er gefacet wird. Nee, aber er stinkt. Ja, los, da wasch ich. Okay, dann wasch ich nicht. Kann ich nicht. Ich bin Chase. Ja, jetzt wahrscheinlich ich, was du hier abschmierst. Nee, sie lässt. Nee, sie kommt okay. Nee, warum nicht. Ja. Ist so ne Sache. Ja, egal. Scheiß Tunnel, voll. Voll am Tunneln und so. Er hing noch nicht mal, äh, wird getunnelt. Nee, er hing schon zwei Mal, hast du's mitbekommen oder was? Also echt. Also ich weiß, dass zwei Blatt und sie gestorben sind in der Zeit, aber mehr aber auch nicht. Die Klage auf dem Map hatten wir auch noch nie, aber spielt ja auch keiner, die Alter. Hä, die ist die beste, die countet das beste, das es war, war eigentlich immer es gibt. Medikit. Genau. Ähm, aua? Äh, aua? Äh, gehen sie bitte. Hi. Bei meiner Taschla befindet sich aber gefühlt auch nichts. Auf der Linde. Aua. Da glänzt. Nein, schau. Ich komme halt nicht mal durch hier. Durch. Ja. Ja, sie geht nach oben, okay. Hey, vielleicht wird's der Blender hinten mittlerweile entblockt. Wobei, ich muss die Jan Hooks machen. Hi, gell. Und sie weiß, wo ich bin. Oh fuck. Dann bist du ja nicht gerade zugegen sie gelaufen, ne? Bin ich's nicht? Sie ist mir ihnen entgegengelaufen. Wieso kotzt sie eigentlich nicht mehr? An hoch. Oh, wo kommt sie denn jetzt? Ich hab sie, oh mein Gott, ich bin so schlecht grad. Bin ich nur gerade? Ah, fuck. Was Neues. Irgendwie will sie nicht mehr kotzen. Ich hab sie nicht verwendet. Ja. Sie rennen zwei Tassen zurückgegangen gerade. Ich mein, sie kann einmal Powerful kotzen, also warum sollte sie ja auch? Oh, ich hab ne Taschenlampe gefunden. Ne grüne. Oh. Ist sie gerade hoch oder was ist los mit ihr? Das ist wie der alle oben seid. Ja, sie ist gerade oben. Ja. Oh. Bring mal hinterher. Hallo. Hallo. Oh. You make it nice. Ich hab meine Reine angepasst. Ich hab meine Reine angepasst. Die auf mich oder bleib die auf... Die geht auf dich. Okay. Thank you. Ah, ich wusste, dass ich von dort kommen soll. Äh. Okay. Oh mein. Gott. Ich hab sie gespielt. Mach schon, fühle uns die Runde aus. Wer hat sie jetzt gerettet? Wer von uns beiden hat sie jetzt gerettet? Ich? Okay. Weil meine Palette war not even close range. ach mannnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn mmnnnnnnnnnnnn Jakste dich nicht mehr? Man. Das lift ich. Ich hab's... Ach mann... Ich hab's... Mach die palette kaputt. Ihiiiit. Hoffentlich merkt, dass es ein Fehler ist zu tracen. Hoffen, ich merkt sie das irgendwann. Falls sie das jetzt den Toten sind sie bescheid ist. Wenn sie eh nicht kotzt, dann kann man das Perk ja doch verwenden. Ich bin über die Palette drüber. Danke, Spiel. Crossplayer be like. Ah, fach, Mann. Wieso müssen Crossplayer so ne Scheißverbindung haben? Ey, Typ, du gehst da schon noch retten, oder? Mal schauen, ob sie gleich ihm entgegenläuft. Typ, geh mal Typ retten. Typ macht schon alles. Ah, shit. Ich bin Bursting, Coby. Hat sie dich gesehen? Ne, oder? Oh, Mann. Wir werden's schaffen. Ja, wir werden's schaffen. Make it. Ich glaub, der Gen oben ist noch da. Sie gehören in der Palette, aber ja, er hofft sie nicht. Oh, okay. Ich bin halt in einem anderen Haken. Schade. Ach, kotzt, Omi, geh bitte. Geht gar nicht mehr hinter mir her. Sie kommen zum Gen. Zum John. Hier gibt's doch den John. Aua. 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 ich mal ich sammel stecks macht endlich ganz kaputt hier muss direkt rumlaufen ich wollte ja sagen als ob die facecam loll tut sie nicht kommen wir da runter sie ist komisch da oben aus bisschen krank sieht auch aus ach die kommt von da erlaubt lauf mal mal schaut ob sie klug ist oder ihre kotze nicht verwenden wird sie hat sie hat einen tollen ja es wundert mich auch gerade um den ich verwendet jagt sie ihn nicht gewissen was soll mit euch leute wieso macht eigentlich niemand diesen gen fertig der so weit war ja dann mach ihn doch fertig ja ich hab grad nen anderen gemacht ja da wo ich war der ist fast fertig ja aber niemand macht den ja ich war ja gerade mit dem ein und habe ihn gemacht hallo hallo muss ich auch ein bisschen suchen ja schön ja ich versuche zurück zu gehen zu dem gen also einer suchten ausgang an der viertel hallo so machst du jetzt doch jedoch weg du bist heftig und stolz ich weiß schon aber hätten sie blöd boom bist du oben hast du einen ausgang zu welchen das läuft mir benutzt recht hinterher poch ach da bist du hallo hi wenn du kommst ja sie hat einen oid sie geht auf dich ja ich weiß ich weiß ich habe noch weiter ja natürlich waste every year's side nein ich habe da nicht ein einziges tot um gesehen jetzt man schaut sie dumm ist und mich aufhebt ja natürlich ist da ein hook deswegen fragt ihr ob sie dumm sein wird und mich aufhebt ich will ja jetzt nicht raus oh nein ich werde rauskriechen ich werde aufgehoben und dann bin ich auf der anderen seite map und lucky ja ich war ein bisschen nach dem totem geguckt wird er schaffen ne ich werde nicht runterkommen aber ja ich habe es bisher bei mir auch fast geschafft ich schaffe es einfach wirklich nein nein ich wollte noch gesagt haben man kann mich easy abfarmen an middle of man ja nö ich wollte sagen ich sollte nicht in die gleiche Richtung laufen na nö oh ich habe die hatch gefunden ja suchen lieber totem wofür das totem wenn er verletzt ist äh oh ist sie bei dir? kein Problem jetzt ist sie wieder bei mir ok cool jetzt geht's hier wieder in irgendeine Richtung wirst du nicht zurückkommen du bist der verletzter doch doch ich komme zu dir ich wollte sagen du solltest dich beeilen wenn du das machen wolltest weil ich höre kein heartbeat weil Haken halt und so doch ich höre ein heartbeat mich kannst du wegen middle of man rein tisch abframen ah nacki was kommt ihr denn noch wieder zurück man ja das ist woher sonst ist nach hause man jetzt glaubt keiner mich abdrängt das ist mir egal tschüss lila medicis tschüss lila medicis ja tschüss weniger viele menschen wundern aber es ist auch